Schatz, brauchen wir wirklich eine neue Waschmaschine? Ja, mit der alten stimmt was nicht. Was denn? Der runde Knopf ist kaputt und heißes Wasser tropft immer auf den neuen Boden. Hast du einen großen Fleck unter der Maschine nicht gesehen? Doch, aber was ist mit einem neuen Fernseher? Beides können wir uns nicht leisten und dieses Mal möchte ich keine billige Waschmaschine. Ein neuer Fernseher ist wohl nicht so wichtig. Überhaupt müssen wir uns nächstes Jahr ein neues Auto kaufen. Ach Peter, jetzt müssen wir aber wirklich mal im Lotto gewinnen. Ja, und dann machen wir erstmal schöne Ferien, kaufen uns ein tolles Haus. Ramona möchte ein neues schnelles Fahrrad und ich kaufe mir einen neuen Audi. Und du bekommst einen riesigen Haufen Computerspiele. Ja, und dann mache ich an die Version mehr. Untertitelung des ZDF, 2020